Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die Buchstaben eines Wortes ordnen. Ich hoffe du magst es! Astral Tukan Tratsch Ernst Konform Tastatur Schuss Bereit Lawine Bestehen Streifen Sensor Fine Anzug Poesie Alarm Entrückt Programm Sehegel Waschbähe Misten Spargel Spargel Atmung Schlafen Palette Zelle Mädchen Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald! Schlafen Ghost Gel guessing Klein Jin